Alles andere bringt uns nichts. Okay, gut, dann hat man das geklärt. Dann haben wir hier mit Arbok ein neues Pokémon im Team. Eins auch ein bisschen untypisch ist für mich eigentlich. Muss ich jetzt schon mal so dazu sagen. Also das ist nicht eins, wo ich sage, jo, das habe ich rund um die Uhr im Team. Nee, das ist schon ein Pokémon, wo ich sage, na nü, was denn das? Wie gesagt, mein Faxor wird noch ersetzt. Aber das ist eine größere Aufgabe. Und dann muss ich sagen, was sieht unser Team eigentlich? Ganz nice aus. Gut, mein Faxor könnte ich auch nicht direkt rausschmeißen. Es sind eigentlich ein paar Pokémon, die da nicht schlecht dazu passen. Das ist mein Faxor leider gar nicht der Fall. Könnte ich Glasiola wieder ins Team reinnehmen. Tritt die Pflanze, Unlicht, Fee. Ja, muss man schauen, was noch die in Zukunft an so Raids noch so dazu kommt. So. Opi, ich bin wieder da. Oh, willkommen daheim, jo, wen hast du denn da mitgebracht? Ähm, das ist Matze, er nimmt auch an der Exkursion teil. Ah, verstehe, ihr zwei sind also Freunde, hm? Ja, genau. Ah, ach, echt? Freunde? Dass ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber es klingt schön. Freut mich, dass du dich so gut mit unserem Joe verstehst, Matze. Na nun, hast du einen Freund mitgebracht? Ja, das ist Matze. Und das hier ist meine Omi. Ach, wie schön, ich freue mich, dich kennenzulernen, Matze. Huch, schaut nur, wie spät es schon ist. Du meine Güte, beinahe hätte ich es vergessen. Heute Abend fängt ihr das Maskenfest an. Na dann, ihr zwei. Ich habe genau die richtige Kleidung für euch, damit seid ihr perfekt auf das Fest vorbereitet. Und, ja, Festoutfits. Okay, okay, wartet hier kurz. Die Haare müssen dann auch noch hergerichtet werden. So, das sieht doch schick aus. Nice. Wow. So habe ich mir das vorgestellt. Das steht dir wirklich prächtig. Haha, das fühlt sich fast so an, als hätten wir noch einen Enkel dazu bekommen. So fesch, wie du aussiehst, findest du sicher auch hierfür eine Verwendung. Du hältst grüne Style-Karte. Wer diese Karte weiß, die Träger hält in Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl. Bei Kleidergeschäften und Friseuren in der Stadt hast du damit wohl mehr Auswahl. Oma, weißt du, wo meine... Hä, was machst du denn hier? Mats und ich gehen gleich zusammen zum Maskenfest. Darum. Aha. Sag bloß. Das kann dir doch egal... Egal sein. Was machst du überhaupt hier, hm? Ach, richtig. Oma, ich kann meine Maske für das Fest nicht finden. Hm, eigentlich müsste ich sie letztes Jahr in den Schuppen geräumt haben. Die Tür sollte offen sein, also geh doch zusammen nachsehen. Alles klar, wer als Letzter kommt, ist ein Haules Owei. Hey, hey, das ist nicht fair. Entschuldigen, die Tumult, Matze. Die beiden sind ungestüm wie eh und je. Schon okay. Wir haben Schlimmeres erlebt. Das ist das coole Haus, wo ich sage, das ist richtig nice. Ah, ich fasse es nicht. Hanna, Mats ist hier. Fühlt dich schon richtig zu Hause, so wie du hier rumstolzierst. Was? Im Schuppen waren jedenfalls nur zwei Masken. Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. Wer zu spät kommt, den beschraft das Leben. Dann gehe ich sollte ohne Maske. Schon okay. Ach komm, jetzt guck doch nicht so betrüppelt. Ich schaue nicht betrüppelt. Als Entscheidung bekommst du jetzt zu sehen, wie gut ich mein Festoutfit beim Kämpfen aussehe. Oh, Hanna. Na los, auf Position. Möchtest wirklich kämpfen. Na gut, dann los geht's. Pokémon Trainer, Hanna fordert dich heraus. Mopeco. Na, guck mal an. Lass dich ruhig von meinem hübschen Look ablenken, damit ich dich fertig machen kann. Kobotik. Hm, das sind die Mittel, mit denen wir kämpfen. Oh, Mopeco hat Hunger. Kann man in kein Fall. Ja. Könnt ihr es jetzt treffen? Hm, okay, nein. Glor geht lieber drauf gegen Mopeco. Na gut. Mopeco ist vom Typ Unlicht. Das bedeutet, Skaraborn, du bist dran. Na, Kampf. Hm. 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 Bist du etwas sauer wegen der Maske? Wie, du setzt doch mal eine sehr effektive Attacke ein. Oh, kannst du drauf atmen. Magnin Unlicht weiterkämpfen. Hm. Shit. Okay. Sie hat dazugelernt, du musst mich herlassen. Zierapfel, du bist dran. Das ist Geistesgack. Hahaha. Hahaha. Bringt dir aber nichts mehr. Jawohl, Zierapfel. Gut gekämpft. Nicht vergessen, wir haben noch zwei. Wir haben noch Abob und Zierapfel. Folikon. Oh, scheiße. Ah, nie mit Abob gekämpft. Hm. Mülltreffer. Lass du nicht kommen sehen, was? Fatalicha. Geist, Pflanze, weiterkämpfen. Pah, ich hätte dich trotzdem platt machen und es mir dann auf dem Fest so richtig gut gehen lassen. Schauen wir mal, Hannah. Überschätzt dich gerade ein bisschen. Immer ein bisschen kritisch. Mülltreffer. Los. Jetzt die Weiterentwicklung von unserem Pokémon. Also vor allem, Mowcha. Ah, Stahlspur. Ich hasse es. Ich hasse es. Einen besonderen Tag wie heute, müssten wir auch mit einer besonderen Tacke feiern. Jetzt kommt jetzt Spukball. Na ja. So, jetzt hat ein Terrier-Ausbruch aus. Habe ich so nicht kommen sehen. Ohohoho. Komm schon. Aber komm schon. Ja. 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 Der Bock ist besiegt. Boah. Boah. Und wir haben lang keinen Kampf mehr verloren. Und wir verlieren auch den nicht. Aber das war jetzt heftig nah dran. Das war jetzt heftig nah dran. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, so knapp. Hey, lass dich hier Felix von meinem Anblick verzaubern. Du siehst gut aus, Hannah. Ist okay. Ach, mir auch egal. Ist ja nicht so, als müsste ich dir jetzt dafür meine Maske geben. Nichts da. Dann setze ich sie gleich mal auf. Na, sieht gut aus, oder? Oh, ich gebe dir einfach meine Maske, Matze. Auf keinen Fall. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Schon vergessen? Außerdem ist dir deine Uni-Maske doch unheimlich wichtig, oder nicht? Schon, aber Matze kann sich auf dem Fest auch einfach eine eigene Maske kaufen. Okay, mach dir nicht so einen Kopf. Also dann, auf geht's. Tut mir leid, Matze. Hä, ist doch voll okay. Meine Schwester nimmt echt kein Blatt vor den Mund. Aber sie hat auch wie verrückt nach der Maske für dich gesucht, bis du zum Schuppen kamst. Sie wollte wirklich nicht, dass du leer ausgehst. Aber erzähl dir bloß nicht, dass ich dir das verraten habe, okay? Das Maskenfest findet beim Kulturzentrum statt. Wollen wir los? Werde ich noch mitgenommen? Oder müssen wir? Wir müssen selber, okay. Alles klar, gut. Begib dich zum Maskenfest. Ich bin eigentlich erst mal fürs Zuschauen. Sagt, schau mal, Frau. Ich liebe dieses neue Outfit. Schaut richtig cool aus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und müssen erst mal ein paar Pokémon wiederbeleben. Bis dahin, CharmeV bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis dahin, CharmeV bleibt gesund.